Was machen Sie denn um diese Zeit in dieser Gegend? Sie sehen ja nicht aus wie eine. Ich meine, wir sind uns noch nicht begegnet, aber ich kenne doch fast alle hier in St. Pauli. Ich bin ja nicht von hier. Kommen Sie, meine Praxis ist ganz in der Nähe. Nein, nein, nein. Oder soll ich Sie lieber zur Polizei bringen? Sie müssen doch Anzeige erstatten. Keine Anzeige, nur das nicht. Danke. Haben Sie vielen Dank. Ich bin Dr. Differing. Jan Differing.